was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute wieder gta 5 online für den pc zusammen mit dem toto marco und fabi hd hallo hallo ich gehe fracht service ok ja ja dann gehe ich wieder bei toto rein ja ich sehe richtig cool aus so bleibe ich direkt bereit zum spielen so ich bin bereit wieso schnurrst du eigentlich in jeder folge was mache ich wieso du immer schnurrst wie schnurrst ja weißt du nicht was schnurren ist komm steig ein er schießt du jetzt schon hier so muss ich ja alles gut mach dein schild so marco ja scharfschützengewehr hast am start ja wunderbar hast du jetzt gerade eine leuchttrakete abgeschossen damit deine mama weiß wo du bist und dir den arsch zu versorgen soll mein gott opa was soll der scheiß wir haben noch zwei kilometer vor uns marco hast du was schönes zu erzählen wie war denn dein schulausflug da war der nicht hier heidelpark oder so ein scheiß klar in italien in italien war er da hat er hier da habe ich gehört bist du in jungfahrt ne herzlichen glückwunsch erstmal dazu vollidiot rund ach äh war das ein geheimnis oder was durfte man das nicht sagen oder wie was du jetzt endlich mal die weiblichen in italien erkundet hast ich erkundet dir gleich was anderes ich erkundet dir gleich was anderes polizei im einsatz haha wir gucken ob die wände stabil sind so maske aufsetzen marco weil sonst sind wir nämlich nicht sonst werden wir erkannt so jetzt steigen wir aus jetzt nimmst du dein scharfschützengewehr ja und zieht es auf die zwei typen die da vorne aus der ding stehen ich nehme den rechten warte doch mal ja ich warte doch so warte nicht schießen ich muss hier vorher was erzählen ich kann lippen lesen soll ich dir erzählen was sie sagen er hat deine user gebumst das weiß ich der rechte der rechte sagt letzte nacht war richtig geil der linke sagt oh ja ich fand es auch geil dein penis war richtig tief in mir der rechte sagt 3 2 1 in den kopf schießen dann sind die sofort tot ich sag mal noch nicht dass das auto besser aus als letztes mal ja wenn ich das gleich oh oh was haben wir super wie geht das hier der hat mich son of the bitch genannt darf er das wenn er da nicht die wahrheit sagt wenn wir mehrere team leben hätten würde ich dich jetzt töten was passiert alles passiert also jetzt jemand die weibliche frucht genascht wirst du wütig oder was oh nooo ach scheiße ich will die waffe wegpacken ich will die waffe wegpacken dann gucken wir nicht wie greifen profil noch bin ins wasser gefallen fisch gerbt mach mal eben ein bisschen alleine weiter ich schwimm da hinten zum zur brücke zur leiter das durfte eigentlich nicht passieren so wo ist denn hier die scheiße war hier ups aber diesmal fährst du schon gesehen was mich öh ich erinnere mich nur letztes mal wo Marco gefahren ist und du noch navigieren musstest ah jetzt macht der Marco mal nicht so schlecht äh ich stecke hinten rein ja da Marco wie schaut's aus da bei dir ich hab ihr jetzt gleich alle weg hier unten er hat die schwanzlutscher genannt ne der eine typ er hat gesagt schwanzlutscher also cocksucker ja hauptsache das weiß auf englisch ne ja willst du jetzt irgendwas wissen von dir? ne das erste was man immer lernt in der fremdsprache sind immer beleidigungen das ist normal das ist normal nicht normal das ist richtig cool da wo ist der scheiß was können oh jetzt sind ja nicht mit gerechnet so wer ist tot gar keiner gar keiner Hi Marco da ist die Karre steig ein du bitch halt dich fest wieso fährst du denn hier schon wieder du fährst doch so so kannst du mal aufhören auf mich zu schiessen was ist denn der quatsch oh ach scheiße wir sind kalt du weißt es kalt dann machst du das auch uuuh das soll doch unvollständig sein ey der 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 fährt ja auch so als wenn er gesoffen hätte auf einmal Bullen vor uns Marco deine Waffe ist lila pink ey bist du denn behindert und schwanger und geistesgestört ey unfassbar oh Gott Marco Marco ja was ist mit dir ich bin irgendwo anders jetzt ich komm dich abholen mach dir keine Sorgen die die Ampel ist doch rechts abbiegen geht doch ups weit einparken ja 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 wieso steigen die aus wieso steigen die aus mit wo war es denn jetzt du bist schon wieder gestorben ja du kommst ja nicht zu mir alter alter versteck dich doch ich muss doch ja das habe ich doch äh uncool ja genau so wie du meine Mutter ist meine Mutter ist uncool was ist denn los mit dir junge ja ja das ist das wenn man da den ganzen Tag nur in Italien an Frauen rumspielt da sind dann auch nichts mehr hier wenn überhaupt wieso sind alle deine Waffen pink wieso sind alle deine Waffen pink weil deine Mutter die gekauft hat weil deine Mutter die gekauft hat ja und meine Mutter mehr Style als du alter ja deine Schirr ah he ich wollte drunter knüppeln hallo ich schieß den hehehe schieß du schon rum hm ja ich hab einen Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte was bam oh sind die hier schon hm oh scheiße ne fährt er mich um die Sau um hat meine Kopf geknümpelt bekommen he ich bin wieder gelacht wenn du ihn eingeschrieben wirst so mach ich's mal aber auch noch alle vier Reifen hehehe wer hat da grad auf meinem Wagen geschossen kommt drauf an wie lang wenn du wieder dahin fährst wo wir eben waren hehehe wo wo um mal noch an der Luft innen kommen nicht nur in meinem Untergrund wir bekommen hier einen Polizeibesuch ihr müssten Bullen auf euch hinnehmen haben wir doch haben wir doch immer noch na gut wir wollen ein bisschen aktiver hier ey oh hier lag Geld uh uh deine Bonitas verursacht hat er wieder gestorben wenn man nachladet kann man nicht springen Ok, neuer Rekord, noch ganze Reifen. So Marco, wie gut die zusammen spielen, die haben doch ganze Reifen an den Autos. Wir haben nicht mal ein Auto. Unsere Autos sieht auch echt noch gut aus. Toll. Ging es doch zu den ersten Autos immer. Das heißt, ich bin habs glaube ich grobe festgehalten. So Marco, los geht's. Bist du bereit? Bist du bereit für die absolute Action? Gut. Dann halt dich fest. Das ist ziemlich zwischen so einem fast zu fest. Hey, hat er ist weg da. Ja. So, ich muss mal hier eben was gucken. Dankeschön, tschüss. Schon kurz mal verrecken. Ja, ich aber auch. Drück M, Inventar und nimm dir ein paar Snacks zu dir. Dann kriegst du volles Leben wieder. Krass. Bitte mache ein Schlampe. Das ist ein Schlampe. Dann ist er weg ja. Boah, geht der in die Eiren ey. Ich frage mich immer, wie die es schaffen, direkt vor uns aufzutauchen, ey. Oh, fuck. Das hast du gut gemacht, Marco. Direkt tot gemacht. Wir müssen die Cops abschütteln. Hey. So, den kommen wir. Rechts von uns kommen welche. Hey. Fast mal, ich sterbe gleich. Jetzt haben wir noch Bullen am Arsch. Schieß nicht auf die Bullen, sonst kriegen wir mehr Sterne. Oh, voll. Ich glaube nur, ich falle. Ey. Was für Huren, Söhne. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Ne, die Seitenstraße. Gut, wir haben alles weggebracht. Wir sind unterwegs, Männers. Hi. Ich könnte schon mal anfangen, die Bullen loszuwerden. Das ist ein bisschen fett. Karo sieht ein bisschen mitgenommen aus, Marco, oder? Ja. Aber wir haben noch alle Weisen. Oh, ich habe auf die Mini-Map geachtet. Aber die Karo hat einen geilen Sound. Ja. So musst du mal fahren beim richtigen Verkehr. Also Stau. Hm, rechts vorbei. Ja. 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 Wir sind gleich da, Marco. Halt dich fest, ne? Wie? Ja. Du bist angeschnallt. Nicht, dass die Polizei kommt. Ne. Ja, da gibt gutes Strafgeld, ne? Und Punkte. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dann... Okay. Okay. Geschafft. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gef... Warte mal hin. Jetzt muss ich noch gucken. So muss es laufen. Nur Kings kriegen Platin. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020